Was ist das denn für eine Tür, kam ich da her? Ja, da komm ich her. Ich muss kurz warten hier, bis sie da sind. Sind nicht so viele. Das sind einfach unendlich viele, das ist so krass. Jetzt muss ich raus, ich muss hier rein. Ich hab noch nicht das, was ich brauche. Doch, es ist hier drinnen. Ich kann das nicht mehr. Oh, schnell durch. Gucken, wer hier alles aufsteht. Nee, ich weiß. So spät. Und da. Komm. 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 Oh, fuck. Komm. Komm sonst. Geh weg! Was ist das? Komm schon! Oh du bist! Nein, den mache ich nicht so gerne. Oh mein Gott, endlich hat er noch viele Blüte. Habe ich jetzt hier alles gelootet? Ja, ne? Verschwinde! Oh, ne, wir kommen. Wo lang, wo lang? Ermo, lots of Ermo. School. Schnell überall da rüberlaufen. Schnell bevor sie kommen. Zu spät. Nein, es ist nicht einer. Oh mein Gott. Guck ich den auch auf. Was denn? Dabei ist es jetzt ein paar Bohnen. Fuck, fuck. Ja, aber ich will nicht, dass die alle zusammenkommen. Ich will nicht hier noch einander. Okay. Arsch. Ja. Und geh weg. Hahaha. Hm. 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 Da kommen sie. Nur umdrehen. Ob die hier auch rauskommen? Oh. Ne, es ging nicht. Das war buggy. Da ist ja noch Stuff, oder? Ne, da nicht. Peaks. 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 Ich versteh ihn nicht auf Ich versteh ihn nicht auf Schnee? Ok das Oh ich nehm Gottes Messer am Hand Piepen ist besser Ich muss hier schnell raus Weißt du was ich mit dir mache? Fall runter Fall runter sagte ich Bitch Mach nicht den Mund auf Sack Voll in slowmo ne? Ah mein Messer ist ein bisschen kaputt Komm Ich muss hier raus Ich muss hier weg Ich muss hier raus Wo lang? Hier lang? Zack 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 Nein Bitte lass mich in Ruhe Bitte lass mich in Ruhe Hahahaha Bin ich schon am Sprinten? Ja na? Wenn man gerade aus guckt Wenn man rechts und links guckt dann sprintet er nicht Ah du Miss it Nein Keep it moving Keep it moving I'm out for Go around the side of the garage It'll get you to the house with the generator Ich weiß jetzt draufstehen Komm steh auf Tu nicht so Komm nie an die ran Komm nie an die ran Ja komm gib mir Blut Komm ich da ran? Oh nein Ermo Lats auf Ermo Check upstairs Check upstairs? Oben? Ist der bestimmt hoch gehen meinste In die Wohnung Hier ist ein Kabel drin Was soll das? Wir checken gleich upstairs Wir checken gleich upstairs Checken erst noch Woher willst du das wissen? Das vertraue ich nicht Ein bisschen Desinfektionsspray Oh mein Gott Was ist das für ein Kabel? Bitte schön Was geht hier ab? Was ist das? Wir müssen das machen wahrscheinlich damit es auf geht Das war Ich hoffe das Ding wird starten Das ist bestimmt ganz smart Der Generator ist auf Good work Ich versuche zu kontrollieren Ich werde über den Gaten Was ist das für ein Kabel? Ich habe das für ein Kabel Doch und ich weg bis zu Was ist das für ein Kabel? Was ist das für ein Kabel? Was ist das für ein Kabel? In den Kabel und die Hände, was ist das für ein Kabel? Ah, Mann! Oh mein Gott! Das ist ein bisschen heavy, oder? Nee, das kann schon heavy, ich weiß... What the fuck?! Alter, guck mal! Nein, ich muss hoch, ich muss hoch! Die kommen alle! Oh mein Gott! Oh, bitte, sterb! Einmal! Bitte! Bitte! Oh mein Gott, wie groß der denn?! Wir müssen das jetzt machen! Fick dich! Fick dich! Fick dich! Fick dich! Fick dich! Fick dich! Bitte sterb! Ah, bitte! Oh mein Gott, jetzt komm doch! Oh mein Gott ey, ich fang richtig an zu schwitzen hier. Alter, hast du gesehen wie heavy das war? Ja. Komm das. Ja.